Oh, es geht los! Nova, Gatzloff und Falzda, wir haben wieder keinen Heiler dabei. Wir haben ein absolutes Katastrophenteam. Ja, wir haben dich dabei. Wir haben dich zusammen. Hast du einen Anfall? Ich glaube, die Leute werden uns hassen dafür, dass zwei Tanks an den gleichen Punkt gehen. Aber gut, der Punkt wird niemals erobert werden. Die haben so viel Angst vor uns, dass sie direkt auf uns zurennen. Oh nein. Warte, ich schnapp dich und... Mich! Wieso willst du mich schnappen? Oh, lauf weg! Nein, 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 nein! Ich hab dir den Weg versperrt, du bist wegen mir gestorben. Danke. Das hab ich gerne gemacht. Ja, danke. Bitte. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Los, du bist tot. Ich bin richtig dumm, bin ich gerade gestorben. Ja, das weiß ich, das hab ich gesehen. Ach, du beobachtest mich, wenn du tot bist? Ja. Das ist ja schön. Was soll ich denn sonst tun, wenn ich tot bin? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas Sinnvolles. Was soll ich denn Sinnvolles machen, wenn ich tot bin und nichts machen kann, außer Leute beobachten kann? Ja. Und mal schauen, wie das hier überhaupt ist so mit der Karte. Hau ab! Hau ab! Nein, 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 nein. Wow! Hast du gesehen, wie ich weggeflogen bin? Komm, ich komm zu dir zur Hilfe. Oh, na super. Na ja, willst du lieber ohne mich kämpfen? Ja. Ne, 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 ne. Das gibt's nicht, mein Freund. Du kriegst meine volle Unterstützungspower. Oh nein. Guck mal, falls das ist auch da. Dein Lieblingsheld. Ich hasse ihn so sehr. Ich... Was machst du denn jetzt ab? Ja, ich muss weg. Ich hab kein Mana, ich hab kein Leben, ich hab kein Mana, ich hab kein gar nichts. Das ist nicht so günstig. Richtig. Ey, was macht denn Gatlo? Er macht einfach wirklich nichts. Er ist in der Mitte und macht nichts. Los, Zagara töten. Ja, los, 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 wie ist das? Einmal was hinkriegen? Einmal was? Nein! Oh fuck. F***, den Dreck. Ja! Sie ist an meiner Flammenwelle verringt. Flammenwelle. Und jetzt greife ich ihn noch. Komm her, du fucker. Komm her, du fucker. Komm her, du fucker. Los, auf Tyra-Ele wieder heißt. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Da meinte ich Drache werde. Ha? Los, 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 los. Fuck you. Ich war bei 90% durch und dann kommt diese Masserschlampe-Bitch von Zagara. Diese Masserschlampe. Kennt ja jeder, diese scheiße Masserschlampe-Kacke. Leck mich doch am Arsch, ey. Da muss ich mich schon wieder zurückporten, weil ich keine Gesundheit mehr habe. Du bist ja ein Trottel. Ey, 12 Minuten und es hat bisher noch nicht einer geschafft, den Drachen einzunehmen. Nee. Das war schön. Was ich verreckt bin? Findest du so witzig? Verstehe ich nicht. Oh nein, ich bin gestorben. Ich habe dafür gesorgt, dass Arthas auch noch stimmt. Ja, der Drache. Wir haben den Drachen, wir haben den Drachen, wir haben den Drachen. Oh, das während drei Leute von denen tot sind. Gut, zwei sind auch von uns tot, aber... Guck mal, ich helfe ihm. Was machst du? Mann, jetzt hau doch auf den Brünnen, du f***er Kopf. Das ist Diablo. Du kannst doch Diablo nicht f***er Kopf nennen. Ey, was macht... Guck mal. Was macht er? Gastlo? Ja. Er steht einfach nur rum. Oh ja, jetzt bewegt er sich. Na los, wir zerstören das erste Fall. Ja, wir haben einen Fall zerstört. Boah, wir sind in der Offensive. Wir sind auch ein Level weiter als die. Ich komme mir die ganze Zeit vor, als würden wir nur sterben und wir wären nur scheiße. Oh, das stimmt ja gar nicht. Oh, f*** you. No, f*** shit. Nimm es ein, nimm es ein, nimm es ein, nimm es ein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, das war richtig... Das war nicht so gut. Ja, das war Oberfail. Ach, du stirbst gleich. Ich sterbe nicht. Nicht? Oh, war das knapp. Erst am Ending hat dich so erwischt. Ich gehe zum Dragonschrein und nehme ihn ein. Ich nehme ihn wirklich ein. Ich habe ihn tatsächlich geschworen. Oh, der Typ haut echt gut zu. Ja, er ist ja auch extra für als Belagungstyp gedacht. Ja. Das Feuer solltest du nur gegen Mobs benutzen und nicht gegen Türmelt. Aber das... Naja, verstehst du sowieso nicht. Nee, dazu bin ich zu dumm. Hey, ich könnte auch die R-Taste drücken, dann steige ich aus. Boah, ewig. Ja, wir machen ja auch keinen Schaden. Wir machen nicht keinen Schaden? Wir machen nicht keinen Schaden. Das heißt, wir machen nie übertriebensten Schaden. Was sind das eigentlich für Fiecher? Uga-Mons da. Kanonen-Uga. Ich habe noch nie Ugas gesehen, die Steine schmeißen auf so hohe Entfernung. Die sehe ich ständig. Die stehen immer von meinem Haus, ja. Ah, okay. Bewerfen mich mit Steinen. Ist ja scheiße. Ja, so. Ich nehme jetzt hier unten den Schrein ein. Und das muss ich singen, denn ich habe zu viel Abfelsabschrauben. Saft getrunken. Oh Gott. Ich muss aber viel Apfelsaft getrunken haben, um so viel singen zu müssen. Ja, eine Flasche. Eine ganze Flasche. Jetzt habe ich voll den Zuckerschock. Boah, ich bin der Drache. Der Drachenlord. Ich bin der Drachenlord. Bot-Bot. Der Typ heißt Bot-Bot. Das habe ich dir gerade schon gesagt, aber du hörst mir ja nie zu. Hä? Filze-Pute könnte eine Beleidigung sein oder ein Gericht. Filze-Pute. Ja, es könnte auch was zu essen sein, stimmt. Das weiß man bei Franzosen ja nie so genau. Ja, weil wenn man deren Sprache nicht versteht, weiß man nicht, was sie sagen. Ja! Oh nein, mein Drache löst sich schon bald in Luft aus und ich habe nicht mal irgendwas angegriffen. Außer hier den da. Ich kick dich in die Fresse, Alter. Ich kick dich in die Fresse, Alter. Boom. Voll in die Fresse, hast du gesehen? Jetzt spuck ich nochmal Feuer und jetzt löst sich mein Drachenlord in Luft auf. Ich habe nichts weiter gemacht, als ein Kilder abgestaubt. Boah, guck mal, ich habe dir ein Schild gegeben. Und damit hast du überlebt. Doch nicht. Nee. Versager. Alter, du überlebst. Aber das Schöne als Tyrael ist ja noch, man kann so seinen letzten Job noch tun, indem man sich bei den Feinden in die Luft sprengt. Und das hat gerade sogar was gebracht. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt mal wieder richtig gut. Ohohohoho. Highly die. Bescheidenheit ist nicht unbedingt deine Stärke. Nee, das ist eine meiner großen Schwächen, das stimmt. Das gebe ich zu. Also eigentlich meine einzige Schwäche. Dass du nicht bescheiden bist? Ja, und die Farbe gelb. Ja, und dass du einfach verdammt schlechter Spieler bist. Guck mal, nicht so wie ein Profi, der jetzt einfach alleine auf den... Nein! Auf den Kern geht und jetzt getötet wird? Wahnsinnig gut. Tyrael so fucking retardet. Immer werde ich begleichen, Videospielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, aber du beleidigst mich auch die ganze Zeit. Ehrlich, du beleidigst mich die ganze Zeit und bist dann sauer, dass ich oder ein anderer dich auch beleidigt. Ja. Ja. Ich darf das ja auch. Hau ab, Junge. Hau ab, Junge. Hau ab, Junge. Ja, doch. Ruhe. Oh Gott, oh Gott. Boah, Alter, da muss ich dich ja erstmal noch schützen, indem ich den anderen hier erstmal wegschütze. Ich weiß jetzt gar nicht, meinen die mich oder meinen die den anderen Tyrael? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die dich beleidigt haben. Ja, das kann sein. Du beleidigst ihn auch etwas. Ja. Ich glaube dasselbe. Das ist gut, um die Atmosphäre im Team zu verbessern. Ja. Das hatte ich aber ehrlich gesagt auch noch nie. Dass man gewinnt. Also ich denke mal, wir gewinnen. Und das Team beleidigt sich gegenseitig wie Sau. Das heißt wie Sau. Der eine beleidigt einen und die anderen beschreiben, wie besenkt irgendein Kack auf Französisch. Ja, die beleidigen mich. Das weiß ich nicht. Oh, fuck you. Doppel-A, das ist schon echt mies. Oh nein, doch nicht. Haben wir Glück gehabt. Oh, Gatzlo ist tot. Gatzlo ist so fucking retarded. Oh nee, warte mal. Retarded. Wollte retarded hinten mit T schreiben. Oh nein, ich sterbe. Ha, doch nicht. Gimäre FDP. Heißt das F... Nein, mit der FDP habe ich nichts zu tun. Was auch immer hat das alles bedeuten sollen. Die ist Le Cule de Tamer. Ich glaube das heißt die... Oh Gott, warte mal. Ich gebe das mal ganz kurz in die Bildübersätze ein. Ah, der Arsch deiner Mutter. Der Arsch deiner Mutter. Super, hat er uns nochmal beleidigt am Ende. Gut, das war witzig, oder? Witzig! Und vielen Dank beim Zuschauen. Vielen Dank beim Zuschauen. Vielen Dank beim Zuschauen, Leute. Habt Spaß fürs nächste Mal. Denn das war nicht witzig. Nein. Bye, bye. Sag auch bye, bye. Nein. Gut.